UNTERTITELUNG Was machen wir jetzt? Die Maschinen an die Küste, stoßen zu unserer Armee und kehren zurück in den Krieg. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Wer sind Sie? Ein britischer Offizier und die Zähmen. Unsere Armee wurde schockt. Das ist eine Chance für Spott. Sie wissen offiziellt die Prisoner des III. Reich. Wir sollten sie nicht schießen? Nein. Warum nicht? Wir sind keine Hotten Totten, Schwarz. Ich bin auf ein ausbrannt Tysk flyer. Nein. Mannschaft? Ich weiß nicht. Ich bin ein britischer Offizier. Und ich habe keine Ahnung von Ihnen von Ihnen. Wauw, Captain! Und Sie? Go to your bed. Und da ist noch keine Wood left. Warum gehen wir unsere separate ways? May I introduce you to the beautiful Norwegian countryside? Please don´t. Please don´t. Please don´t. Please don´t. aber man auch nach oben nach oben untericytieren.